Jo, Heizung zu Mad Max, wir sind hier bei GodGash in der Festung und haben ja gesagt, wir wollen mal ein bisschen aufräumen hier, Lager fertig machen und so weiter. Und das machen wir diesmal, bevor wir dann zur nächsten Quest gehen. Big Chief, also die Nummer mit V8, die kommt dann halt irgendwie später bis zur nächsten Session. Ich muss weiter. So, das muss hier irgendwie eine etwas größere Küste sein, aber ich weiß gar nicht mehr, wie die aussah. Mal gucken. So, das ist ja noch. So, das ist ja noch. Oh, you heard about that gut news. He the one that like to hang you in your gut rope. Okay, lass mal gucken. So, das ist wirklich Snipern, oder? So, das ist ja noch ganz schön. So, ну, es ist ja noch nicht mehr. Das war's für heute. Das war's für heute, oder? Das ist ein Tank dazu. Das gibt garantiert sowieso einen Geheim-Geheim-Eingang. Und den tut sie einfach. Das war's für heute. Ja, da fahren wir dann doch einmal rum, oder? Oh, okay. Okay, dann können wir noch einen Verfang hier, oder? Alles doch. Okay. Okay. Oh, no. Okay. 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 Das war's für heute. Naja, nice. Wofür ist das hier? Nicht verfügbar, ok. Mann! Ey, jedes Ding kassiert, ne? Geht doch. Kassiert, ey. Unglaublich. Geht doch. Tja. Oh, noch mehr? Ja! 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 Welter Du? Ja! journalists! Na dover, xúc desarroll? Chao! Ja, Sieg guns. Ja, ja. Come on! Es gibt jemanden hier! Alter! Ich muss jetzt mal reichen, Leute. Puh! Ich weiß nicht, kann man dann die Töte irgendwie aufmachen oder was? Was sind denn? Die Homme! Ist doch nicht gesund! Muss doch irgendwie die Töte aufmachen oder was ist denn? Sie kann ja 100 Jahre lang gegen die Affen erkennen, was? Die Homme! Geh ihn weg! Wie oft noch? So, ich dachte jetzt... Ach so, ne okay. Wenn alle weggehen, könnte das. Mhm. Ich muss mal ne Waffe suchen. Fick it! Fick! Wir sind eben eine Waffe da. Was ist das? Oh. 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 Autschi. Aua. Die haben noch nichts gefunden ne. Muss ich auch noch machen. Junge, Junge ey. Kann man den Dingern jetzt die Tore öffnen? Ja ne. Drei, jedes Tor eins oder was? Hör her. Oh. 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 Ja sitzt da oben, das war schön. Hmm, water. Ah, they thought they had all the time in the world. Das Tor unten aufgemacht wahrscheinlich, ne? Das Tor unten aufgemacht. Okay. 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 Junge, das Ding da oben. geht doch es geht nur wieder raus, ok was fehlt uns denn noch ein ein, äh, hier, Schrott fehlt, ne hm Junge, voll Durst Manchmal ist es natürlich auch draußen, wir können noch mal kurz gucken, ob es hier ist und warum nicht, ne, wir sind ja hier nur reingekommen wegen... springen und so, mal kurz gucken was noch fehlt, mal gucken nur Schrott das ist immer ärgerlich, ne also hier oben auf der Empore ist es nicht da hinten, oder? ja, einfach liegen lassen, na toll ok, that's it sehr fresh so, was liegt denn noch an? weil wir haben ja das Ding jetzt, wir sind auf 1 das ist ja schon mal nice, ja konnten wir nicht irgendwas machen ähm genau das passt ja grad mal ok, fresh und das Ding können wir auch ja, genau was kostet das? auch 1,4 sehr lecker auf Sand mhm ok ok, das Ding, ähm dann würde ich schon sagen, machen wir eben noch mal ein... ...Quest hier oben gehen wir dann mal an wir wollen ja den vor V8 den kriegen wir ja nur, wenn wir hier wirklich mal die Mainquiz fertig machen Big Chief oder wie heißt das Ding noch? Big... weiß ich nicht Big Chief so, lass mal die Info abgreifen dann gucken wir doch mal gucken wir doch mal das Ding scrotus ist tearing up the town for you we gotta get out of here i won the prize where is it? if you help me my daughter you gave me the chance to free her once she ran, aided by the old man I never helped you don't I see what's behind the crazy in your eyes I will help you find what you seek and then you will bring me my child the Big Chief I need it now through here in Stankham's garage you'll have to drive it out of there I'll find you after and you will do right by me now go oh what is the problem to achieve? i don't think that's not the problem that's not the problem oh they want to get out of the mouth I won't take this room okay okay no 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 Hängen ja alle nur so rum, ne? Habe ich noch nicht gelacht? Es geht ja nicht. Junge, Junge, Junge. Sollen wir springen? Okay. Oh, das ist ja richtig lecker hier. Hmm. 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 Er ist da. 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 Hmm. Haben wir was zu springen? Er ist da. Oder kommen wir zu Iran? Hmm. Er ist da. 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 Okay. Von da reinfallen lassen. Okay. So, let's go. Let's give this thing to the hunchback. Let's go. 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 First to the cab, and now to the 넘�. Does the fire god really favor us? Jetzt sieht er zwar nichts mehr, aber ich bin immer noch aus Trauer. Ich bin falsch über dich. Du bist wie alle anderen. Ein Hügel, eine Ecke. Du bist nichts! Hey! Wo ist der Kind? Ich bin falsch. Sie will wissen. Sie will wissen, dass sie dich vertrauen. Sie will wissen, dass sie Hoffnung ist. Sie will hier sein. Sie will hier sein. Das ist wo der Kind hat sie gebracht. Dieser Dweller mit dem Kloak und dem Staf. Aber sie hat sie sicher. Sie will... Sie will... Sie will... Sie will... Sie ist Glory. Ich hoffe und Glory. Sie will... Sie will... Sie will... Sie will... Sie will... Ciao!